oh man so trinkflasche nachgefüllt sehr gut da war Ja! Was ist das? Was ist das? Das ist hier immer so tief runter geht, das ist echt ein Nerv. Kann man mal sofort runterfallen? Oh, 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 ich sehe alles schon vor mir ablaufen wie im Film. Wir werden wieder sterben. Aus Gründen. Was macht der da oben? Oh, der wurde gerade wahrscheinlich übernommen vom Spieler. Sehr schön. Das gefreut mich sehr. Okay. 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 Nein. Du Pisser. Kurzen Moment mal nicht aufgepasst. Mann, 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 ey. Das ist unglaublich. Ist nicht so gut, wenn ich hier schon am Anfang rum verrecke. Hallo. 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 Mann, Mann. Hallo. Mann. Anbrem. Ja, dann laden wir ihm nochmal auf Ist ja schön, dass es das gibt, aber es wäre schön, wenn wir irgendwann so einen Speicherplatz hätten, wo wir es speichern könnten, aber ja, ihr seht es ja selbst, ihr seht es ja selbst. Er ist runtergefallen. War andersrum. Mal nicht Jokel, dass Jokel da runtergefallen ist, sondern mal der Gegner selbst. Sehr gut. Die geben auch deutlich weniger, diese Biester hier, also diese Fliegeteile da, die Geister, als in der Höhle, in der Runzenhülle geben die nämlich 480, glaube ich. Und hier gab es gerade mal 280. 200 Historia weniger. Das, ja, ist schon einiges, ne? Muss man hier runter. Na ja, da sind wir ja schon gleich tief drin, in der Materie. Wusche zu. So. 22.000 haben wir auch schon wieder umgemahnt. So, jetzt gilt's. Das ist nämlich hier mit Abstand schwerste. Weil die da von vorne kommen, nehme ich auch gleich. Siehst du? Das ist mir nicht. Jokel wartet schon mal da unten. Wie gut. Okay, der Große kommt als erstes. Komm mal runter. Ja. Alter, Jokel, dein Ernst jetzt? Der wurde wahrscheinlich vom Spieler jetzt übernommen und macht aber nichts mehr. Wow. Richtig toll, ey. Danke für die Hilfe. Vielen, vielen Dank. Danke. Shit. Mist, ey. Traum. Dann können wir doch weiter. Ja. Hier müssen wir nicht mehr, da habe ich alles gesammelt. Wir könnten da die Punkte noch holen. Da könnten wir noch was holen, aber bin mir nicht sicher, ob ich das tun möchte. Aber diese Bieste sind echt kacke. Da kommen nämlich noch welche. Ja. Es ging erstaunlich einfach. Safin's Moos, ja. Das können wir immer gut gebrauchen. Und gesprengelter Pilz. Sehr gut. Irgendwann müssen wir das doch hier in der blöden Höhle mal schaffen, oder? Irgendwann. Aber sie nimmt irgendwie kein Ende, dieses Monster-Ding. Es ist furchtbar. Wuh! Okay, gut, 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 gut. Das letzte Mal bin ich hier alleine rein, ohne Jockerl. Weil der da inzwischen wieder weg war. Gestorben, oder was weiß ich. Irgendwas war. Und dann bin ich hier, glaube ich, verreckt. An diesen Viechern. Mhm. Ich, also ich, völlig blind jetzt hier wieder. Ich hab null Ahnung grad. Da kommt auf jeden Fall nochmal so ein Monzi. Wuh! Gut, dass das nicht hier so viel abgezogen hat. Gott sei Dank. Alter. Das ist nochmal ein großer. Nein, Schockerl ist runtergeflogen. Diese Horst. Ich hasse sowas, ey. Hör mal auf jetzt! Das meinte ich, weißt du? Nein! Oh Mann, das gibt's noch nie. Muss ich die Höhle noch mal schaffen? Diese Höhle ist einfach... Ich weiß nicht. Ich war da schon so oft drinnen, außerhalb der Folge schon. So oft. Oftmals bin ich hier vorne einfach schon gestorben. Hier vorne. Oder ein Stück weiter drinnen bin ich schon gestorben. Und das... Nervt. Das nervt wirklich, weil ich's... Ich weiß es nicht. Es ist frustrierend. Es ist frustrierend. Das hatte ich bei keinem anderen Spiel, aber das frustriert mich so sehr. Ich hänge hier schon Jahre dran, an diesem blöden Kack. Es ist bockschwer, dieses Spiel. Bockschwer. Aber das Schlimme ist, dass es eben so frustrierend wirkt, wenn ich da in die Höhle reingehe. Es ist ja nicht so, dass die nur ein kleines, kurzes Stück ist. Nein, die ist ja ewig lang. Und wenn du kurz... ...wieder dort stirbst, wo du gerade erst... ...wo du noch nie warst... ...das ist ärgerlich. Wir gehen wieder rein. Irgendwann muss das doch mal schaffbar sein, oder? Ich will das endlich durchhaben. Und zumal... Wir müssen ja auch. Wir müssen ja auch, sonst kommen wir nicht weiter. Aber das so mies zu machen hier drin, ist echt übel. So, ich bemühe mich, dass wir hier so schnell wie möglich durchkommen. Aber auch aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Wir müssen erst berетрä� Hum değil, oder? Wir müssen halten da gehen. Wir müssen doch mal hier. Ich bleibe mal Wonderland. Wir müssen das pein. Ja. Und ich muss, wenn die Eis konuşances varsin kommen. Wir müssen doch mal genauso. Wir müssenof. Aber ihr keine dön speciale stehe. es geht wahrscheinlich vielen so ja mit der hülle also ich gehe stark davon aus kann man nicht vorstellen dass es hier jemanden gibt der so richtig freude daran hat hier durch zu laufen ständig und ständig und ständig weil sie eben auch so lang ist so unglaublich lang oder eher ein dungeon das ist ja schon eher ein dungeon hier ja 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 Da bin ich da auch noch runtergefallen. Oh, so ein Nervy. Mann. Ist so ärgerlich. Nein, nicht runter. Gut. Ich dachte schon, der fällt jetzt wieder runter. Hätte mich jetzt nicht gewundert. Ich dachte schon, der fällt jetzt wieder runter. wie viel scoria ist jetzt weg ja ja ich guck mal dass ich noch mal vorkommen bis vor wenn man da jetzt ein stückchen weiter sind also drin dann nehme ich neu auf vielen dank fürs zuschauen und dahin macht's gut